hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rust zusammen mit dante hallo hallo malzeit hallo nalina so wir setzen jetzt unsere loot tour fort das ging doch war doch eine super ansage besser wie meine erste so da kannst du ruhig wie gesagt zehn mal so wollen wir mal zu dem ach so das ist ein bisschen weit weg dieses wort treatment ist ein bisschen weit weg oder da hinten ja siehst du das ja ich sehe den wasserturm tut ja ja weil beim 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 kraftwerk warum jetzt schon etliche male oder also ich zumindest weil ich würde sagen da rennen wir lieber das ist ein stückchen weg ich habe aber die karte nicht aufweits wegen zurückfinden und so ich auch nicht aber das kriegt man hin also das kriegt man schon hin würde ich sagen du ein bauplan mit ja habe ich auf der rechts ist ein bär ich habe gerade gesehen ne hierbei wir sind das hier vorne ich wollte nicht tante ist das tante ich habe euch verloren verdammt nein wo bist du jetzt bestimmt noch im bus äh nein bist du auf dem berg na lina musste gerade mal im bus die team machen das war so klar dass alle da wieso treff ich denn diese scheiß bären nicht was nein wieso hänge ich denn jetzt bin zu blöd zum zielen jetzt hängt sie auch noch jetzt hängt sie auch noch immer dieses rumgehänge ja ich hänge halt gerne ah 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 bär getroffen das hat die karte aua gemacht verdammt jetzt wie viele pfeile schon ich auf das vieh geschossen habe ich treff den ich habe den eh mal getroffen bis jetzt das war zu hoch das war zu schnell das war zu weit das war zu hoch also das ist die bär fehl folge hier bär fehl bär fehl bär fehl folge oh treffer oh ich habe ihn auch und jetzt habe ich aber keine pfeile mehr und es dauert noch bis ich pfeile machen kann weil ich mache noch 719 brennstoff nebenbei das schöne ist ich finde euch nicht na du warst wir waren doch gerade hier unten Frauen und Orientierung Wahnsinn danke ja wo bist du bist du hoch gerannt oder was oder wie oder bist du ganz oben auf dem Berg oder da lauf ich jetzt mal hin ja mach mal dort hast du ne schöne Übersicht wenigstens lauf mal ganz da hoch hm also ich glaube das Looten müssen wir auf die nächste Folge verschieben zwecks technischer Schwierigkeiten Nelly seid's technischer ja technischer na wo ist sie denn ich sehe sie gar nicht äh ach entschuldigung bist du wo oh bin zu weit hoch haha ist sogar schon höher als wie alles eigentlich ist hä wie geht denn das geht hier oben noch mehr Bäre Bäre Sprachzentrum lässt grüßen der hat überhaupt keins heute irgendwie ja doch es ist schon vorhanden es ist halt ein bisschen mit Wechselstaben verbuchteln und so sagte die Hängende jetzt bin ich ganz oben auf diesem lustigen Berg und ich blicke direkt auf dieses komische Kraftwerk drauf da bist du ja ich bin schräg links auf dem Felsen ey schräg links auf dem Felsen jetzt schräg links ach da oben ist sie ich laufe mal hier runter ich laufe mal hier runter ich laufe mal hier runter und schnee ach ich seh euch ach schön ne euch kannst du gar nicht sehen weil ich komm nämlich von hinten ähm von hinten naja dann laufe wir mal hinter zu dem Worter Dingsbums tralalala da und jetzt nochmal die Frage hat jemand einen Bauplan einstecken ich? ja ja gut weil ich glaub ich hab das für uns nicht ganz mitgekriegt ja ich hab einen ja ich hab einen Bauplan und einen Hammer einstecken boah die bespringt mich gleich haha hehehe brauchst du jetzt einen oder? falls die ja wegen Heli und so falls die Heli kommt dass wir schnell in die Shelterbahn rennen ach so ja ok also das ist aber nicht das Water Treatment boah das ist das Kraftwerk wir müssten jetzt eigentlich hier die Straße nach hier ist das Kraftwerk ja das ist klar zum Water müssen wir mal anders lang ich hab die Richtung leider nicht mehr am Kopf aber das müsste jetzt die Straße eigentlich mit sein ja das ist bloß echt kacke dass es schon wieder dunkel wird bei Rast hast du das Gute wenn du lust ich weiß nicht wie's euch geht ich kann mir Licht machen ich hab übrigens grad einen Bau ach ne Bauplan Schnipsel worden das gerade Nalli kommst du mit? oh ja ja mhm wir sind die lustigen Wanderboren hhhhhh 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 ihr seid so durch jaaaa aber das sind wir alle Die sind ja wieder auf den Städten, wo wir noch weich... Ach ne, Gott, ne, Papa. Ähm, hast du mal in die Kisten geguckt? Nee, ich hab trotzdem schnell, ich hab keine Pause. Jetzt müssen wir weiter warten, weil... Frauen ja immer alles anfassen müssen, bevor sie's glauben. Ich äußere mich jetzt mal nicht. Nee. Warum auch? Ich hab recht. Sagst du. Ist doch so, ihr müsst alles antatschen, bevor ihr glaubt, dass es wirklich da ist. Obwohl alles ist jetzt auch ein bisschen fehldefiniert. Ja, ohne Worte. Definitiv ohne Worte. Ist das jetzt noch die richtige Richtung eigentlich? Da sammelt jemand da auf... Ne, Steine und anderes Gelände. Ach so. Das ist noch die richtige Richtung, ja. Klang jetzt wie Stoff. Schau mal bitte, damit ich mir mal Pfeile basteln darf. Kann. Stimmt, das wär eigentlich ne gute Idee. Alter, hopst du mir gleich ins Gesicht hier. Mit so einer Schnulle. Ach verdammt, das braucht ja eh noch ewig. Ich kann mir... 712 einfachen Brennstoff nebenbei. Ich hab auch keine Pfeile. Ja, da muss Nalli schießen. Meine Pfeile sind gerade in Arbeit. Boah, ist das finster, ey. Mach das Fackel wieder an, ja. Ups. Also Brennstoff haben wir dann erstmal genug übrigens. Boah, Crafting Level. Ach ey, das dauert trotzdem noch ewig bis es fertig ist. Wo ist denn... Ach, Buddy ist da. Bloß gut, dass man hier ewig Ausdauer hat. Boah, eh, mit der Fackel müsste bitte nach vorne, weil ich seh hier überhaupt ne Stähre an. Alter wird das finster. Alter wird das finster. Du weißt noch, dunkeln ist gut dunkeln. Ähm, wartet mal. Können wir nicht hier den Weg jetzt hochlofen eigentlich? Nee, weil das Ding da hinten ist, glaub'n wir. Ist das noch weiter weg? Ah! Wo bist denn du? Alter, bist du blöd? Weißt du, wie mich grad verjagt hast, du Ochse? Du blöder Hund, du dämlicher. Ich hab jetzt aber das Schreitende jetzt, ey. Hilfst du? Er hat mich angezündet. Geht das jetzt, geht das jetzt mit der Fackel weiter? Bitte? Nicht, aua, du triffst mich grade. Ist egal. Ihr kugelt mich an, ihr Hunde. Ihr kugelt mich an, ihr Hunde. Ich würd sagen, wir versuchen uns mal auf dem Weg. Das wird... Ist die falsche Richtung, aber ist egal. Ja, was ist... Nee, wir müssten da eh da rüber, oder? Achso, der Weg geht jetzt hier lang. Von hier aus gesehen müssten wir nach links. Ja, dann würd ich sagen, ja, gehen wir durch den Pampa weiter. Schlimmt, schlimmt, schlimmt. Hast recht. Was denn los, Nalli? Na, ich hab auf euch gewartet. Achso. Kennt man gar nicht. Danke. Arsch. Arsch. Mhm. Die Arsch. Sie Arsch? Nee, so viel Zeit hab ich nicht. Ja, wenn doch mal ein Bär kommen sollte und uns verfolgen sollte oder irgendwas hier, dann muss das einer Bescheid sagen. Dann können wir hier der Axt oder irgendwas nehmen und so einen draufhauen oder wie auch immer. Na, das machst du dann. Nee, alle drei, weil eine alleine ist Käse. Ja, das stimmt. Ich rede von dem Bescheid sagen. Achso. Ja, je nachdem, wer es mitkriegt. Würd ich sagen. Ja. Also, ich glaub, wir haben uns hoffnungslos verlofen. Macht nichts. Hab ich auch schon. Und ich hab trotzdem nach Hause gefunden. Also werdet ihr das ausrichten. Ich glaub, wir müssen noch ein Stück nach links, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber wir laufen erstmal auf den Berg da hoch. Also auf den Richtung Felsen da. Weil den Tower müsste man ja trotzdem sehen vom Watertrooper. Ja, ich würde die Felsen lieber meiden, weil da das meiste Kieze rumrennt. Ah. Äh, Fackelput. Ja, meine geht auch gleich. Oh, Alter, ist das im Arsch. Finster. Bleib mal, bleib mal Steine. Boah. Also ich kann, wie gesagt, nichts craften. Boah, ich hab alles noch in der Waterschleife. In der Waterschleife. Oh, shit. Egal. Das ist jetzt doof. Naja, ich ess was. Wollen wir mal gucken hier. Ich hätte auch gerne was zu essen, weil sonst bin ich nämlich tot. Ja, ich seh dich grad nicht. Entschuldigung. Wir machen ja euch kein Fleisch bevor er los macht. Ach hier, du stehst direkt vor mir. Alter, erschreck mich nicht so. Also Fackel kann ich nicht machen, da fehlt was. Ach, ich fress ihn blieb. Was fehlt hier denn? Einfacher Brennstoff nehm ich mal an. Das hab ich aber grade. Willst du was haben? Einfacher Brennstoff? Ne, hab ich selber einstecken. Weil dann fehlt hier Holz oder Steine oder sowas. Welch, woraus er denn? Stoff? Stoff? Hab ich nicht. Doch, 467. Hier liegt. Vor mir. Irgendwo. Das ist dunkel wie im Rattenarsch hier. Ich find's aber leider gerade selber nicht mehr. Wie soll das Schweinefleisch? Das ist für Nalli. Ach so. Na wo, was, wie? Ich seh überhaupt nichts. Ja, warte, ich schmeiß es dann raus, wenn, wenn ich ne Fackel. Hast du den Stoff jetzt schon gefunden? Ja, ja. Cool. Ich seh nichts, Alter. Es ist finster. Ich seh gar nichts. Ah, der Himmel ist echt cool. Ja, der ist geil. Das schon. Sammelt aber Kürbisse oder Mais oder Pilze oder irgend so. Und Scheiße. Das ist alles Essen. Ja, ich seh da nichts. Ich seh da alles Echen. Wie viele Fackeln kannst du denn machen? Ich sag mal, schrift das? Äh, ja. Also doch. Also YouTube, sorry für die Dunkelheit. Oh, Licht. Ja, Achtung. Guck da unten. Kannst du noch ein paar Fackeln mehr machen? Oder brauchst du da mehr Stoff zu? Kann ich, kann ich, kann ich. Mach nochmal zwei Stück. Dauernklee-Moment, die Folge ist ja auch gleich wieder rum. Ja, ich würd sagen, dann bauen wir uns hier einen Unterschlupf und dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Beziehungsweise, es ist ja wieder Donnerstag. Genau. Und es kann passieren, dass ein großes Update kommt mit Vibe. Wenn das so ist, starten wir eine neue Staffel. Ansonsten sehen wir uns dann bei der nächsten Folge an dieser Stelle wieder. Würde ich sagen. Genau. Aber wir haben ja noch zwei Minuten. Fakal. Ja, Moment, hier ist schon mal eine. Eine. Und hier ist die zweite Achtung. Ähm, ach da. So, laufen wir noch ein Stück, oder? Klar, kommen wir weiter. Ja, laufen wir noch ein Stück. Ja, also wie gesagt, wenn es ein Vibe-Update gibt, ist das die letzte Folge für diese Staffel. Für die Staffel, ich weiß gar nicht welche Staffel das bei mir ist. Ich glaube Staffel 2. Staffel 2, ja. Und da starten wir dann, da wird man dann eine neue Staffel starten, wenn es wieder von vorne losgeht. Zwecks dem Vibe-Update. Ich glaube bei mir Staffel 1 oder so. Ich glaube bei dir ist es Staffel 1, ja. Ja. Weil ich hatte ja damals eine mit Tuner schon gemacht. Genau. Also wäre das bei mir Staffel 2 die neue und bei dir wäre es Staffel 3. Alter, ich sehe trotzdem nichts, Alter, weil das pisst. Wird das auch noch neblig oder was? Oh, was ist jetzt los? Ich sehe nicht mal den Water-Treatment. Uh, das war noch ein Leck. Noch einer. Ja, wartet mal. Wie klopft der so weit aufgang? Also bei mir läuft's. Mein Crafting läuft auch noch. Ja, laufen wir mal. Das läuft bei mir auch noch, aber ich werde immer wieder zurückgeschmissen. Ja. Also ich kann nur mal laufen. Juhuu. Ahja, jetzt geht's wieder. Aber trotzdem sehe ich den Water-Tower nicht. So Fackel aus hält genug. Da gab's Leck, Alter. Ja. Es wird da am Ende wohl zureichen, wenn man eh nur bloß ne Fackel hat, he? Eigentlich schon, ja. Wenn wir nah beieinander bleiben, dann schon. Uh. Dann nehme ich die Axt in die Hand. Dann falle ich hier noch fast runter. Ich weiß trotzdem nicht, wo wir hin müssen, ganz ehrlich. Ich auch. Bleib da mal. Warte mal. Das pisst jetzt, da sehe ich überhaupt nichts hier rein. Ja, ich würde aber trotzdem sagen, wir beenden jetzt hier die Folge, bauen uns hier einen Shelter. Und wie gesagt, Zwecks gibt's nen Vibe, gibt's ne neue Staffel. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Mach gleich 2x2, Herr. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Folge oder zur neuen Staffel. Ciao, ciao. Genau. Tschüss. Bis denn dann. Ciao, ciao. 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 Ciao.